Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hallo. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht stören. Ich dachte, das Wohnmobil sei unbewohnt. Weil ich weiß nämlich nicht wohin heute Nacht. Ich bin weggegangen, wissen Sie? Einfach ausgezogen. Was wollte ich sagen? Am besten nichts. Gut. Jetzt hast du was gesagt. Was denn? Ich hätte schon wieder... Ich habe nichts gesagt. Schon wieder? Warum redest du schon wieder? Warum? Was, warum? Einfach warum! Wollte Sie nicht stören. Hast du auch eine Zigarette für mich? Und ich dachte schon, Sie würden mich nicht verstehen. Sie könnten kein Deutsch oder sie seien taub. Und deshalb hast du geredet mit der tauben Türkin. Ja. Hast du dennoch eine Zigarette? Ja. Hast du dennoch eine Zigarette? Wer sind Sie? Gudeau. Das Warten hat ein Ende. Das Warten hat ein Ende. Danke. Du bist der Zettkopf.